Urdhva Paschimottanasana ist die erhobene Vorwärtsbeuge. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier beuge die Knie, fasse mit den Händen um die Füße und strecke dann die Beine nach oben aus. Urdhva heißt erhoben oder nach oben. Paschimottanasana heißt wörtlich die Stellung der intensiven Dehnung des Westens. Und da Paschima, Westen, auch für die Rückseite des Körpers steht, ist es die intensive Rückendehnung. Aber Paschima ist nicht nur der Rücken, sondern der ganzen Rückseite. So ist er gedehnt von der Wade über Oberschenkel, Gesäß, den ganzen Rücken. All das ist intensiv gedehnt. Urdhva Paschimottanasana gehört also zu den Vorwärtsbeugen, aber auch zu den Gleichgewichtstellungen. Das Gleichgewicht hier zu halten ist gar nicht so einfach, eine gute Herausforderung und führt zu einer inneren Konzentration und einem inneren Gleichmut. Und dann hierzu geht's. Gut. 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 Gut.